Wir haben heute bei uns im Weltmuseum ganz besondere, attraktive Gäste. Wir haben hier die Möglichkeit vom Weltmuseum, eine Abschlussveranstaltung und Präsentation unseres Schulprojektes Wir sind total global zu präsentieren. Und im Zuge dieser Veranstaltung haben sich zwei Top-Sportlerinnen bereit erklärt, Autogrammstunden zu geben und die Jugendlichen zu informieren über ihre besonderen sportlichen Fähigkeiten und Tätigkeiten. Also die Sportart heißt Shio-Jitsu und das Besondere an unserem Wettkampfsystem ist jetzt das Duo-System, was wir zusammen ausüben. Wir zeigen sozusagen Kampftechniken möglichst realitätsnah vor und her, das aber in einer Geschwindigkeit, also bewertet werden die Geschwindigkeit, der kraftvolle Angriff, Effektivität, Realität und das Ganze in einem Paket wird dann eben von fünf verschiedenen Kampfrichtern bewertet und von 20 Techniken, die wir sozusagen eintrainieren, die so wie in den Kampfszenen im Fernsehen zu sehen sind, werden dann zwölf auf der Mattenfläche gezogen, also wir wissen noch nicht, was wir herzeigen müssen. Wir kämpfen gegeneinander eben, das sollte eben so ausschauen, wie als erstes ein richtiger Kampf, auch mit Körperkontakt und mit Reaktionen, mit Kampfschrei. Es ist nichts in der Sache, dass man dem Partner eigentlich, der eigentlich das Gegenüber ist auf der Mathe, dass der K.O. geht, aber ein bisschen Schauspielerei muss dabei sein. Also man sieht halt, es ist immer ein Angriff dabei und eine Verteidigung halt. Eine greift also immer an und die andere verteidigt dann dementsprechend. Und der Mattenkampfrichter steht dann halt auf der Mathe und sagt dann eine Zahl an und wir müssen das dann dementsprechend halt herzeigen. Wie habt ihr, seit ihr zu dieser Sportart gekommen, was war für euch die Motivation, die Ursache und wie habt ihr es geschafft, solche Top-Leistungen immer wieder abzurufen? Ja, also zum Sportzimmer gekommen, als wir fünf Jahre alt waren, weil wir damals, als wir nach Österreich gekommen sind, eben im Pfarrhaus gewohnt haben und genau gegenüber war halt eben die Volksschule, wo der Turnsaal war. Und da sind wir immer mitgegangen mit den Kindern, weil die uns aufgefallen sind mit dem Gio-Gewandel. Da sind wir mitgegangen und haben mir jedes Training zugeschaut. Und wir wollten schon damals mit fünf Jahren beginnen, aber es gab damals das Mindestalter sechs und somit konnten wir leider erst mit sechs Jahren beginnen. Und warum es uns so gefallen hat, war einfach die Vielfalt oder wie sich die Leute oder die Kinder dort bewegt haben und die ganzen Techniken, was sie da alles so gezeigt haben oder trainiert haben. Es hat uns so fasziniert, dass wir unbedingt anfangen wollten. Und warum wir es vielleicht so weit gebracht haben, jetzt von den sportlichen Erfolgen her, war einfach der Spaß eben am Sport und das ganze Training. Und das ganze in einem Paket war dann, also ist dann, sag ich mal, die Karriereleiter gewesen. Weil ohne dass es einem, was wirklich Spaß macht, um das ganze zu trainieren, stundenlang, und ich glaube, würde das eh nicht gehen. Also das war vielleicht unser Erfolgsrezept, wie bei vielen anderen sicher auch. Wenn ihr junge Leute seht, die so sechs, sieben, acht Jahre sind, Burschen oder Mädchen, ist das ein gutes Alter? Dass du früher ein Kind mit einer Sportart beginnt, sag ich mal, ist auf jeden Fall viel besser. Weil man trainiert das irgendwie schon ein und man bewegt sich je nachdem. Und das wird einem schon, es ist schon gang und gäbe, zum Beispiel die Abläufe von den Techniken und so, also die kriegen das schon intus und desto früher, desto besser. Und wenn Sie ein Interesse haben, wo können wir den Schülern und Eltern empfehlen, dass sie dann hingehen oder wo sollen sich da hinwenden für diese spezielle Sportart? Nach Pressbaum. Nach Pressbaum, okay. Nein, es gibt natürlich viele verschiedenste Vereine, also auch in Wien gibt es auch einen Verein, Alt Erla zum Beispiel. Es gibt eigentlich mehrere, da bräuchte man einfach nur auf der Verbands-Homepage nachschauen. J.O.T.V.Ö. Okay. Ja, also ich habe als Kriminalbeamter natürlich rechonciert über euch. Ich weiß nicht nur, dass ihr hübsche Damen seid und hübsche Zwillingsschwestern seid, eineiige Zwillinge seid, sondern dass ich schon ganz, ganz große Titel erreicht habe, die normale Menschen nicht so leicht erreichen. Was habt ihr dann schon konkret erreicht? Also wir haben 2012 die Weltmeisterschaft gewonnen in Wien, dann die Europameisterschaft in Deutschland und 2013 war eben die EM und 2013 haben auch die World Games gewonnen. Das sind quasi die Olympischen Spiele für die nicht-olympischen Sportarten, die waren in Kolumbien. Und letztes Jahr waren auch die World Combat Games in St. Petersburg und die haben auch gewonnen. Das sind quasi auch die Olympischen Spiele, aber nur für Kampfsportarten, die nicht-olympisch sind. Und heuer haben wir wieder die Weltmeisterschaft, Ende November in Paris. Da wird auf jeden Fall voll Gas drauf hintrainiert. Okay, und wann ist das? Im November? Ja, Ende November, 28. November. Okay, wir haben uns hier bewusst hergestellt, weil wir natürlich unser Projekt, unsere Schulprojekte und unsere EU-Projekte auch gefördert werden. Und ohne diese Förderer wären diese Projekte nicht möglich. Ich will jetzt einmal den Zusammenhang herstellen, gemeinsam lernen. Vielfalt ist ein wichtiges Thema bei Schulen. Und ihr seid die Prototypen, die die Leute, die Schüler, die Eltern motivieren und animieren, dass sie in Sportarten ausüben. Wie kann man uns erreichen unter Facebook Fair und Sensibel Österreich? Habt ihr auch ein Facebook? Ja, also wir haben auch eine Facebook-Seite, die heißt halt Mineta Minessa Pichirovic, genau unser Name. Wie finanziert ihr euch? Ihr seid Polizisten, da kann man einen gewissen Gehalt. Ich weiß, das ist aber nicht zu viel. Und ihr müsst sehr viel reisen, ihr müsst sehr viel trainieren, ihr braucht Trainer und, und, und. Und wir wissen alle, dass Profisportler sehr viel Geld brauchen, um das Ganze zu finanzieren. Habt ihr schon eine Unterstützung von irgendjemand? Also das Innenministerium unterstützt uns eben sehr und das Sportministerium auch. Aber natürlich, da der Trainingsaufwand und die Kosten sehr hoch sind, wäre halt der ein oder andere Unterstützer nicht schlecht. Also Also